Es ist Freitagabend, circa eine Woche vor der Gamescom. Wir befinden uns hier in der Deutz-Mühlheimer Straße und haben vor, hier an diese Wand ein etwa 300 Quadratmeter großes Piece zum Spiel von Battlefield an die Wand zu bringen. Wir haben vorhin das alte Motiv übermalt. Jetzt haben wir mit der Projektion begonnen, das Motiv auszurichten. Gerade werden oben durch die Jungs die Outlines nachgezogen. Später werden wir noch den Schriftzug ausrichten. Wenn es ein Wetter mitspielt, werden wir ungefähr eine Woche lang mit dem Artwork zu tun haben. Toi, 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 dass dann alles optimal aussieht und das Kunstwerk in seiner vollen Größe in Erscheinung tritt. Diese Werbung ist einfach mal so genial. Also ich finde, die Wand ist ziemlich auffällig, weil das Bild so groß ist. Es ist dunkel, Flammen, helle Schrift. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Gut gelungen. Ich habe gedacht, das ist die Proste. Battlefield, saugeil.